Herr Engelhardt, die Beachtung von Umweltaspekten wird ja in der Öffentlichkeit im Moment oft als hinderlich für die Konjunktur der Baubranche wahrgenommen. Was bedeutet das denn im Hinblick auf Ihre Bemühungen um die Nachhaltigkeit von Gebäuden? Also in der öffentlichen Diskussion ist das, sagen wir mal, die Nachhaltigkeit, sich für klimaneutrale Gebäude einzusetzen, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber die Wichtigkeit hat ja nicht nachgelassen und es gibt ja gar keine andere Option. Unsere Ressourcen sind beschränkt. Wir haben nur bedingt die Rohstoffe zur Verfügung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gebäude, die wir heute gebaut haben oder morgen bauen werden, wieder zurückführen, damit wir die Ressourcen haben. Und natürlich ist die Wertigkeit eines Gebäudes, was nachhaltig gebaut wird und ist, eine ganz andere. Und insofern müssen wir weiter daran arbeiten, dass es nachhaltige Gebäude auch gibt und dass es auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Welche Fortschritte machen Sie denn mit Schüko auf dem Weg zur Klimaneutralität? Wir machen das ja schon einige Jahre. Das ist auch sehr anstrengend, weil wir das natürlich mit Partnern machen müssen. Aber wir sind gut vorangekommen. Von 2018 zum Beispiel bis 2022 haben wir 35 Prozent mehr Umsatz realisiert und unsere CO2-Emissionen um 1,3 Prozent senken können. Das hört sich nur wenig an, aber ist in Tonnage natürlich riesig. Es bleibt anstrengend, weil wir natürlich in der gesamten Rohstoffkette, wir sind ja kein eigener Rohstoffhersteller, davon abhängig sind, wie weit sich unsere Rohstofflieferanten entwickeln. Aber da wir sehr partnerschaftlich unterwegs sind und wir auch voneinander abhängig sind, läuft das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Okay, können Sie was zu den Maßnahmen sagen, wie Sie das geschafft haben, das zu reduzieren? Also das ist ein sehr komplexer Prozess, weil am Ende des Tages geht es ja um die Primäraluminiumverarbeitung. Also was mache ich eigentlich, wie bringe ich die Energie, mit welcher Energie, mit grüner Energie sozusagen an den Start? Und die zweite Frage ist, wie viele Recyclinganteile bringe ich in meine Gießereien zum Beispiel? Wir haben auch eine eigene Gießerei zum Beispiel im Umfeld unserer Schwesterfirma. Also wir haben auch schon direkten Zugriff darauf. Und diese Tonnagen, die sich immer mehr füllen und weiterentwickeln, das wird ja automatisch besser, weil der Druck halt auch groß ist. Das ist sozusagen der Prozess gewesen, den wir in den letzten Jahren mit unseren Rohstofflieferanten vereinbart haben. Okay, sehr spannend. Wie unterstützen Sie den Metallbauer dabei, klimaneutraler zu werden? Also das Wichtigste ist für unseren Metallbauer, dass er sich auf uns verlassen kann, dass wir ihm seine Fragen beantworten. Das bedeutet natürlich, dass er auch fragen muss. Also ich kann nur dringend empfehlen, dass man einfach auch den Dialog mit uns findet und sein Unternehmen fragt, was muss ich eigentlich tun in der Nachhaltigkeit? Die größeren Unternehmen in der Wirtschaft müssen ja umfangreiche auch Berichterstattungen führen. Das betrifft jetzt unsere Metallbauer und unsere Kunden nicht in diesem großen Maße. Nur die sehr großen Kunden sind betroffen. Bis hin zum Jahresabschlussbericht müssen ja diese entsprechenden Berichte ab 2026 geführt werden. Aber unsere Kunden halt müssen sich darauf einstellen, dass bestimmte Themen erfüllt werden, wie zum Beispiel das Zurücknehmen des Materials. Das mit uns gemeinsam, wir haben das ja schon versprochen, dass das mit uns gelingt, dass wir das Material, sei es denn PVC, sei es denn Aluminium, sei es denn Holz, Alu, was auch immer wir in den Verkehr gebracht haben und womit gebaut worden ist, dass wir das auch wieder zurücknehmen. Und da ist natürlich der Metallbauer eine Schnittstelle. Wir übernehmen das mit Partnern, aber er muss halt verstehen, dass er diesen Service auch nutzt, weil damit wird er in der gesamten Kette auch zukünftig abgesichert. Wenn er diese Dinge mit uns zusammen nicht erfüllt, wird er bestimmte Aufträge in Zukunft nicht mehr kriegen. Und da ist es halt wichtig, dass die Metallbauer den Dialog mit uns suchen. Wir haben für alles eine Antwort. Wir haben Schyko Carbon Control ja in diesem Jahr aufgesetzt. Und wir helfen dann den Metallbauern dabei, die Dinge zu tun, die sie tun müssen. Okay, vielen Dank. Bitte sehr.